was geht leute zu einem neuen video heute die zweite folge mit Marco das ist ja so ein projekt wie heißen wir mal Vanilla nehmen wir das Projekt und heute nehme ich halt mal ein bisschen lauf und genau sollen wir ein eigenes Team machen oder nicht ähm wie du willst weiß ich ja vielleicht machen wir euch das Team und wo bist du überhaupt genau das müssen wir auch noch nicht versuchen ich habe mir den Cordy Bucking ich weiß ja auch nicht äh ich weiß nicht wie wir Cordy Schoen versäuchten ich auch äh weißt du ungefähr wo das bohren ist ne gar nicht hier bin ich ein im ja So, hier, hier. Vielleicht darfst du bei uns mit anschließen. Vielleicht darfst du anschließen. So, hier für dich. Und dann gab's dann, ja. Hier noch was? So, hier. So, und jetzt noch das Stuhl. Und hier auch noch? Ja, auch noch. Oh mein Gott, wie weit das denn sein sollt? Wir haben nichts gezielten. Lava, Schalkerboxen, alles von Sam. Dann haben wir ihn gebannt. So, hier ist noch Lava von ihm. Er war ein kreativ. Er hat alles labern. Und jetzt haben wir hier oben alles mit Wasser müssen machen. Hier ist das unser neues Pool. Ja. Weil Sam hat ja alle Schalkerboxen, Lava gemacht. Warum hat der Game Mode? Weiß nicht. Vielleicht hat er noch OP gehabt und hat vergessen wegzunehmen. Nein. Nein. Hier unten sind alle Schalkerboxen. Was? Die darf man aber nicht nehmen, hat Fabian gesagt. Was ist denn? Wo bist du? Hier unten. Oh, du weißt nicht. Irgendwo bei einem anderen. Warte, ich hole sie nach. Ich hole die Liebe nicht zurück, ich kriege mich drauf. Bist du bei deinem Einladungsreport? Ja, komm dort wieder hin. So, hier, komm hier rüber. Hier rüber. Bei Wasser hier. Komm hier rüber. Und dann hier hinten den Berg, so hier. Hinten den Berg hier. Ich brenne. So hier, ich nehm's nicht mit. Das darf man nicht. Was ist das? Schalkerboxen. Für was? Schalkerboxen ist so eine Truhe, die darf man nicht nehmen. Ich frage mich. Ja, und warum bist du denn da? Ja, weil Sam gebaut hat. Und der hat vergessen abzubauen. Dann schmeißt man die alle weg. Gell, bauen wir's auch. Blöd, dass man nicht da so ein Steck kriegt. Manchmal muss man immer so weg gehen. Ich tue sie hinten hin. Ja, lass hier so hin. Ich tue so ein Mülleimer. Ich tue ihn. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr überhaupt von Hackern haltet. Oder überhaupt so. Magst du eher, ob man Hack, ob ihr auch Hackern magt? Ich nicht. Ich auch nicht. Du musst das Ding immer bauen und dich dann immer reinschmeißen. In den Boden. Wenn nicht hier reingefallen wäre. Was du öffnest? War es Larm? Also wenn du jetzt Escape rückst. Ah, das. Du musst den Larm öffnen. Na, das hat alles mein Bruder gemacht. Habe ich bei dir ein K? Nee. Ich glaube nur geladen. Sehr viel Fall hier rein. Ja, kann ich schlafen. Ja. 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 Ich mag sneaker wieder auf Sheetz. Ja, ich glaube. Was hast du schön. Was hast du sneaker? Ja. hey ich hab's auf maustaste tun hast du eine gelbe maus ja dann müssen wir eine normale spüren haben hey jetzt kann man alles hier hier Nein! Aussehen. Nein! Ich bin reingefallen. Haha. Nein. Bist du böse auf mich? Ja. Man kann sich mal im Spaß erlauben. Jetzt müssen wir wegen Sam so viel abbrauen. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Reboot. Ich kann nicht mehr mit mir. Nein! Nein! Garn! Nur noch ein bisschen. Ich glaube, dann beende ich auch die Folge, weil es geht echt so lang. Dann gehen wir dann auf Mainz für eine Runde BW spielen. Ja. Ja, wir sind fertig. Ja, wir sind fertig. Das wird nicht. Ich muss euch... ...wundern. Tun wir die Aufnahme bänden? Was? Tun wir die Aufnahme bänden? Äh, wie du willst. Wir können auch eine Runde BW aufnehmen. Ja. Ja. Ja, können wir machen. Ja, können wir machen. Gut, Leute. Einen kleinen Cut. Dann sehen wir uns in einer BW-Runde. Na gut. Bis gleich. Und hier sind wir schon wieder. Ist ein bisschen gedauert, aber trotzdem fühlen wir noch weiter. Åh, so. So. gegeneinander so jetzt im Blick ich kalt die aktiviert So. Das kann ich gar nicht holen. Kann ich fast gut sein? Nein, sonst fähig ich. Ich weiß nicht. Nein, ich hab fast noch ganz viel geschafft. Na gut, Leute. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Ich meine, die Folge. Das ist eine, gell? Oder lass noch eine. Ja, okay. Lass noch eine, komm. Leute, sehen uns in der nächsten Runde. Ja, wir spielen mit Schwert. Ja, das schön. Na gut, nicht hoch bauen. Ja, hier sind wir auch so wieder, Leute. Wir bauen uns nicht hoch durch. Wir bauen uns nicht. Also nur online. Mhm. Und jetzt mit gleich. Ich auch schon. Gleich. Ja, zwei Fassbüts, weißt du was? Es sind unsere Nummer in der Beste. Ich werde meine Beste bekannten. Ich werde meine Beste an inszenieren. Ich werde die Mesteck am Besteck an. Die Mesteck am Besteck an. Schau, ich werde mich. Ich werde das die Mesteck anieren. Mann, es schlägt, Junge. Ich bin fair und springe runter. Ich kann nichts machen. Es schlägt einfach nur. Mann, ich kann nicht mal in den Shop. Ich muss jetzt echt die ganze Zeit herum gehen. Ich habe dich fast mit dem Wort bekommen. Ich kann nichts machen. 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 Das Spiel hat euch gefallen. Und dann tschau tschau.